Musik ähm, ich glaub wir müssen mal ne bisschen nehmen. Oh ich hab einen Geldsack Sack Wie viel kriegt man beim Geldsack? Ein Plan Ja hast du nicht geguckt? Ehh, das ist mir scheiss egal, ich nehm's auf schon mal sie sind ne... Oh Komm zu dir Oh ja das wäre nicht schlecht Oh Hilfe mal Claudio äh, warte äh, bin, bin unterwegs Alter, Leute, ihr müsst mal aufhören, eure Scheiß Pecher zu looten und Mammt helfen Also ohne Spaß Ja, ich helfe dir grad Oh fuck Ähm Kriegt ihr das zu zweit hin, oder soll ich helfen? Ach, der Bot hat natürlich hier wieder rumgeholfen Dafür sind die eigentlich nicht schlecht Oh fuck, ich hab fast keine Muni mehr, Mann Ich auch nicht Toll, da ist wieder nix drin, ey Ja, Jay, kommst du mal Ich hab gar keine Muni mehr Ja, das seh ich Vier und sieben ist nicht wirklich viel Ey, wir haben kein Medipack mehr, Mann Ich glaub, das wird bald Wir müssen uns, glaub ich, verpissen, ja Ja, sollten wir Boah, Alter Wie lang dauert das? Außen kann ich hier nicht mehr lange durchmachen Ja, okay, ähm Ich glaub, die Reihe hier mach ich noch fertig Es sind ja nur noch zwei Und dann, äh Möchte ich euch auch nicht länger auf die Nerven gehen Mit den Schließfächern hier Weil das ist dann doch echt langwehrig Bitte deckt mich mal einer Ich weiß nicht, was geht jetzt Wow, fünf Schuss Damit kommst du nicht weit Ah, du bist ja dann Sorry, hab ich gar nicht gesehen Toll, da war nix drin Komm einfach, Claudio Das bringt jetzt nichts mehr Eins noch, eins noch Jetzt hab ich gar keine Muni mehr Ja, ich seh's Claudio, wir können dir jetzt grad nicht helfen, ne? Äh, ja, ist klar Ne, ähm Oh, toll Wer schießt mich jetzt an? Nein Verpisst euch Und zwar alle Verdammt, ey Scheiße Ich bin hier noch am sterben Ey, das Toll Ganz toll Oh, kacke Da kann ich nicht durch Jetzt blenden die mich hier Hast du noch irgendeinen Beutel? Äh, ich hab gar nix Ich hab nur Geld aufgesammelt und Versuch dich nochmal zu retten, aber sonst müssen wir leider uns Ne, äh, ihr seid jetzt dann gleich alle drei down Hör mich ja nicht verarschen Ich kann hier nicht wirklich was machen Hey, Jox, hilf mir Nein, nicht zurückgehen, Junge Er ist blöd, dass ich gleich tot bin Ach, du Scheiße So, jetzt seid wenigstens ihr, ähm, da Ich wurde leider gefangen Ja, ich hab's dann leider zu spät gemerkt Schafft ihr das? Boah, sieht nicht gut aus Muss ich ehrlich sagen Sieht nicht gut aus Sorry, Leute, aber das Geh, geh rein, ja Oh, verdammt Ey, was, was, was macht Du schaffst das noch Du schaffst das noch Ah Ja, ihr könnt es schaffen Ja, das ist eigentlich scheißegal Okay, ich weiß wie geht Auf geht's, lauf durch, renn durch Schießen und rennen gleichzeitig Ja, ich kann nicht schießen, ich hab keine Probleme mehr Ich verstehe Du hast ja jetzt, Muni Zwar nicht viel, aber Oh, verdammt, meine Waffe ist auch leer Äh, werde ich auch mal irgendwie wieder freigelassen Oder wie sieht's aus? Nee, nee, du kommst jetzt zu, bleibst du da drin, du bist, äh, ja Am Arsch Okay Naja, immerhin Erfolg Ist ja schon mal nicht schlecht Ja, ähm, ich hör dann auch auf Ich geh dann gleich raus, lass mir nochmal ein Geld auszahlen Und dann Jo, ich beende die Aufnahme dann auch Wenn wir hiermit fertig sind Also haben wir auch mal wieder Payday aufgenommen Sehr schön 70.000 Bonus Nicht viel, glaub mir Ordentlich XP Jo, dann würd ich mal sagen Zwei Level Jo, zwei Level ab Und Ansonsten Circa drei Viertel vom nächsten schon Ab zum Payday Bitte ne Maske, ich finde die Masken so geil Claudio, ey, was geht's? Ego ist Geld 40.000 Passt Okay, dann würd ich sagen Ich verabschiede mich schon Jo, mach das, äh, ich geh hier aus der Lobby auch mal raus Ja Jo Also Jo, ja, ein bisschen, hat Fun gemacht, aber du musst mal ein bisschen Offscreen, ein bisschen mehr Missis machen, damit du ein bisschen mehr Levelst Ja, ich hab mir eigentlich ursprünglich vorgenommen, äh, alles oder das meiste zumindest, äh, Onscreen zu machen Deshalb, dass die Leute halt auch ein bisschen sehen, wie man da, äh, levelt Ich mein, es gibt, es gibt Ja, sonst gehst du einfach mal mit uns oder mit mir oder mit Jakob, kein Plan Einfach mal in eine Missi, wo nur eine Person drin ist, dann laden wir dich halt schnell wie möglich ein Und, äh, machst dann so eine High-Level-Missi und ja, dann passt das schon Was ich sagen wollte, eigentlich Es gibt, na, natürlich bessere, ähm Bessere Arten, äh, oder Bessere Wege, sich zu leveln, aber, ähm Darum geht's ja nicht, es geht ja darum, dass man Spaß am Spiel hat Und dann glaube ich auch nicht, dass man das daran festmachen soll, wie schnell jemand levelt Du hast natürlich immer mehr Spaß, wenn du High-Level-Missis machst und dann so 400.000 zum Ausgeben kriegst, ist es dann schon geil Ja, klar Jo, dann sag ich mal Ciao, wa? Jo, Ciao So, also wie's aussieht, äh, bin ich jetzt dann allein oder so? Äh, jetzt gleich Nee, noch nicht ganz, aber Jo, Ciao Ciao So, jetzt aber, jetzt bin ich dann tatsächlich allein Ups, ans Mikrofon gekommen, wollte ich natürlich nicht Ich gucke jetzt hier gerade mal noch kurz, ähm Reicht vom Geld her eher für Äh, nee Reicht nicht ganz für zwei von denen da oben Deshalb Ich überlege jetzt gerade, was hier besser ist Blend Resistance, okay Das ist doch mal nicht schlecht Ich glaub Ähm, was gibt's hier? Nahkampf-Angriffe Ähm, 15% weniger Schaden, okay Panzerung erholt sich schneller Naja, äh, ich würde am ehesten sagen, dass man Dass man das hier nimmt Jo, machen wir So, und jetzt, jetzt fehlen uns Also hier unten seht ihr es ja unten links Jetzt fehlen uns ungefähr 3000 Recht genau 3000 Dass wir, ähm, uns hier noch so Eine von den Fähigkeiten holen können Aber So, bisher sieht's doch eigentlich ganz gut aus Mit dem, was man da jetzt hat Ja, die drei sind getoppt Die werden dann als nächstes folgen Ich arbeite mich da so Reihe für Reihe hoch Und Hier oben, das ist Das ist natürlich schon Also Muss man sagen Die sind schon nicht schlecht Techniker Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht Habe ich mich noch nicht damit befasst Die anderen Zwei auch nicht Mastermind und Geist Werden dann Werden wir dann vielleicht Im Laufe der Zeit Noch freischalten Ich versuche aber erstmal Das hier ganz hoch zu leveln Jo, dann gehen wir mal raus So, was haben wir denn noch Gamehub, was ist denn das denn Ah, das ist das Forum Okay Versteckt Naja, hatten wir Jo, gut, dann, ähm Bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt Heute mal mit zwei Special Guests Ähm Ja, das sind Kumpels von mir und Philipp Und Eigentlich wollte Tobias auch mit aufnehmen Aber das habt ihr in der ersten Mission mit dem Koks Mitgekriegt Da hat sein TS nicht funktioniert Das ist natürlich schade Aber nichts zu machen Ähm Ja, was labere ich hier schon wieder so ewig Haut rein, Leute Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder Also Untertitelung des ZDF, 2020